Hallo, da draußen an dem Bildschirm und ich denke, hier ist irgendjemand, der sich mit meinem Haus beschäftigt. Äh, mit meinen Palissaden beschäftigt. Die Frage ist, ach hier, ein Biber, der will sich rächen an uns wegen seinem Zement. Hm, wie viel hat er denn noch, obwohl der Biber hat eigentlich wenig Chancen gegen unsere Holzbarrikaden. Das sehe ich gerade. Wäre es so gar nicht das Schlechteste, mein Freund, wenn ich deinen Biberbau finden würde. Weißt du, apropos, ja ich komme schon. Ich komme schon direkt. So, wir müssen aufpassen, dass nicht noch mehr von diesen... Ja, Biber sind wahrscheinlich nicht so viele da, ne? So, wo war das? Hier, ne? Und da haben wir auch gleich Fleisch. Finde ich super. Ah, wir hätten vielleicht den anderen nehmen sollen. Damit wir mehr Pelz rausbekommen. Weil das ist natürlich hier cool mit dem Pelz. Denn wir könnten uns ja dann über kurz oder lang... Wir müssen mal schauen. Wartet schon mal, aber eher wir... Weil wir hier... Wir müssen uns außerdem mal noch eine Fackel... ...eine Fackel herstellen. Hallo? Wo bist du denn? Kleine Probleme mit dem Sofa. Da war doch noch irgendwo jemand. Ist jetzt egal. Jetzt schauen wir erst mal, ob wir diesen Biberbau finden. Na, das wäre... Das wäre schon toll, wenn wir hier noch ein bisschen Zement raus extrahieren könnten. Weil wenn der sich schon mal hier an uns aufreibt... Tja. Nur wo? Wo, mein Freund, hast du deinen Biberbau hingebaut? Wo, mein Freund, hast du deinen... Hast du deinen Biberbau hingebaut? Ja, wir haben ja... Wir haben ja das ganze Dung, ne? Wir könnten eigentlich... Wir hatten ja... Wir sind ja niedergerungen worden. Und... Haben ja unseren ganzen Dung verloren, ne? Dort ist er. Das ist wunderbar. Ah, jetzt muss dort so ein Viech sein. Wird wahnsinnig. Sind wir eigentlich... Sind wir eigentlich insgesamt... Ja, sind wir da ausgerüstet. Ne, ach ne. Der ist weiter hinten. Okay. Oder ist hier noch ein Biber? Ne. Also dann. Ah, gut. Von mir aus. Oh! Bist du böse? Ne. Oder? Ne. Aber wir sind total überladen. Aber wisst ihr, was wir mitnehmen? Den Haufen hier. So, und dann... Ja. Ja, es ist schlecht hier. Um ehrlich zu sein... Was wir machen, ist nicht gerade das Günstigste. Denn wenn wir jetzt hier umkommen... Aber wir hätten dann gleich richtig Holz mitgenommen, ne? Was nicht das Schlechteste wäre. Oh, da hinten müssen wir aufpassen. Was ist dort? Ja, du bleibst mal... Obwohl, wir haben Fleisch, glaube ich, ne? Wir haben Fleisch und Pilz. Am schönsten wäre es, wenn wir hinten... Ah, Gott. Wenn wir hinten in unserer Bude reinkommen, von unserem Tor her, dann unser Holz gleich dort lagern, aus dem Biberbau. Und dann unseren Pelz gleich... Ja, ich sag's mal... äh, verstauen. Ja, und wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht noch so viel Kristall haben... Ich glaub's aber beinahe gar nicht... Ob wir noch so viel Kristall haben, dass... Wir... Äh, wo sind wir denn eigentlich? Wo ist denn eigentlich unser... Verdammt. Wo ist denn wieder unser... Ich bin nach so vielen Wochen... Ach da. Nach so vielen Wochen... Ne, da können wir auch hier drüber. Ähm... Äh, was soll ich sagen? Ach ja, dass wir noch so viel Kristall haben, dass wir uns vielleicht eventuell mit viel Glück ein... ein Fernglas wiederherstellen können. Ja, wir wissen immer noch nicht, wie wir Obsid... Halt. Ne, doch, richtig. Wie wir Obsidian bekommen, ne? Obsidian wäre so das nächste größere Metall, was wir bräuchten. Hm. Obwohl, warum laufe ich denn so... Wir brauchen... Was brauchen wir denn überhaupt noch dort oben? Was brauchten wir noch? Ich kann's euch... jetzt gar nicht sagen. Haben wir alles zugemacht dort oben? Ja, ne? Wir haben alles zugemacht. Ich weiß... Ja, deswegen... Ich kann jetzt gar nichts herstellen, weil ich gar nicht weiß, was... Um ehrlich zu sein. So. Dann... Ich weiß noch nicht, wie sieht denn die Tageszeit aus? Ich glaube... Oh, nein. Oh, diesmal wird's... Diesmal kommen wir in die Dunkelheit rein. Eindeutig. Dann können wir in der Dunkelheit bauen. Und jetzt können wir noch... vielleicht ein bisschen Holz schlagen und so Zeugs. Ja. Vielleicht nicht das Schlechteste. Apropos Holz. Wir haben kein Holz mehr. Hm... Haben wir noch... Vielleicht einen Baum hier oder so? Weil wir bräuchten ja Holz hier... Ah, wu-wu-wu-wu-wu-wu-woment. Wir brauchen eigentlich überhaupt gar kein Holz. Sondern... Wir können auch was anderes nehmen. Das haben wir ja auch genug. Auf Vorrat. Aber wenn wir schon mal hier sind... Können wir den Pelz... Sag mal, hatten wir nicht schon hier mal Pelz irgendwann? Naja. Jetzt jedenfalls nicht. Genau. Genau. Genau, genau. Genau. Dann könnten wir nämlich uns hier ein bisschen malen. Das reicht. Eindeutig. Für uns ein bisschen Fleisch reicht das. Die Frage ist sowieso, ob unsere Mega-Burger... Nicht langsam schon schlecht geworden sind, ne? Die ich da hier... Vielleicht sollten wir ab und an mal so einen Mega-Burger essen. Ach so, halt. Wir müssen hier... Ach so, wir könnten auch mal schauen hier... Ob schon jemand in unsere Falle reingetappt ist. Man weiß ja manchmal nie. Wie? So. Oder... Ob wir es selbst reintoppen. Uh. Falle. Falle. Oha. Hier. Okay. Alles noch beim Alten. Wir bräuchten ein bisschen Stein, wie immer. Ein bisschen Feuerstein außerdem. Genau. Wo? Ach, warte mal. Hier war, glaube ich, irgendwo ein Steinhaufen. Oha. Aber aufpassen. Genau. Da hauen wir ein bisschen Stein raus. Nur damit wir... Wenn wir irgendwie was reparieren müssen... Na. Damit man das kann... Seht ihr? Das meine ich damit. Oh. Was brauchen wir? Holz wahrscheinlich, ne? Brauchen wir Holz? Ne, Stroh. Stroh. Dann gehen wir nochmal raus. Holen ein bisschen Holz. Dann können wir auch ein bisschen Stroh... Könnten uns... Können natürlich nochmal runter zum Biobau. Aber das ist mir dann doch so doof. Um ehrlich zu sein, ist mir das dann... Im Endeffekt zu doof. Ne, das lassen wir hier. Die Bäume haben wir gesagt, die lassen wir. Obwohl, da könnten wir hier Stroh raus... Ach so. Na ja, gut. Wir brauchen die andere Axt, aber... Okay. Ja, wir brauchen die andere Axt. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Wir brauchen die andere Axt. Ohne Zweifel. Ja, da können wir, wie gesagt, nochmal rüber vielleicht zu diesem Drake schauen. Oder Runde zu diesem... Konrad Konstantin Krüger. Uah. 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 Okay. So. So. Aber das gefällt mir schon ganz gut da oben. Ach doch, wir brauchen Wände, natürlich. Wir brauchen Wände. Das weiß ich es wieder. Weil... Wir müssen ja... Unsere Schlafstadt nach oben einrichten, ne? Jawohl. So. Mal nicht alles Holz. Obwohl, das ist auf alle Fälle alles. Und mal nicht alle Stroh. Wir lassen mal 15 da. Oder von mir aus 14. Und hier lassen wir auch 15 da. Oder vielleicht 14. Ach so, da kriegt man gar nicht mehr irgendwas hier rein. Dann nehmen wir auf alle Fälle dieses Samen mit. Nehmen wir mal den Mist hier mit. Das verdorbene Fleisch. Dann nehmen wir das hier mit. Und... Brauchen wir noch was unten? Hier ist ja noch Samen, ne? Ja. Karottensamen. Brauchen wir ja auch nicht unbedingt hier. Hm. Was haben wir noch? Nichts weiter, ne? Okay. So, es wird wieder neblig. Hui. So, dann packen wir mal die Samen hier weg. So, bitteschön. Und... Bitteschön. Und... Dann können wir auch unsere Beeren mal hier rein. Mhm. Aha. Wir bräuchten noch ein paar Narkotik-Bären. So, und dann packen wir noch das hier rein. Und das andere müssen wir alles behalten erst mal. Ach so, ja, wir wollten noch was probieren. Oder noch was schauen. Das... Ja. Das brauchen wir wahrscheinlich dann auch abends. Aber... Wir brauchen noch... Jetzt weiß ich gar nicht, wo das war, weil das bei sonstig ist. Hier. Lederfasern, zwei Kristalle. Schauen wir. Ich sehe hier... Wir hatten Kristalle. Allerdings... Wo? Hm. Ach, ich weiß, wo wir die haben könnten. Ich weiß, wo wir die haben könnten. Ich bin der Meinung... Upsa. Das wird sie eventuell hier drin haben. Tatsächlich... Ah, wir haben nur einen. Wir haben nur einen Kristall. Mist. Tja, das war's. Ja, dann wird's nix. Aber... Wir könnten uns auf alle Fälle wieder ein... ...einen Kompass... Obwohl... Obwohl... Brauchen wir erstmal eigentlich nicht, aber... Nee, erstmal nicht. Weil... Im Moment... Gehen wir nicht auf Erkundung. Wenn wir das nächste Mal auf Erkundung gehen, dann... Wir gehen ja erstmal nur zu Drake hier runter. Wir gehen ja erstmal nicht auf Erkundung. Besonders nicht, wenn's zu abends ist. Ja, ähm... Ich glaub, das war's hier. Ach so. Nee, das war's nicht ganz. Denn das muss noch hier rein. Na, wir haben einiges jetzt hier an Narkosemitteln. Muss mal schauen, für was wir das dann einsetzen können. Muss mal dann mal einfach schauen. Ach so, wir nehmen aber eins noch mit. Ey. Wir nehmen noch eins mit. Eine A... Äh... Gat. Ich will doch... Da. Eine Axt. Na, damit wir... Ja, wir nehmen's ja... Wir nehmen's immer mit. Und hoffen das Beste... Dass wir nicht wieder praktisch umkommen, ne. Das wäre natürlich schlecht. So, dann schauen wir nochmal runter, ob wir diesen Drake finden. Oder auch nicht. Oder doch. Schauen wir mal. Ja, jetzt können wir mit... Ah, jetzt können wir, wie gesagt... Jetzt können wir gar nicht mehr schauen mit unserem Fernglas. Es war so schön, ne. Naja, so ist es hier im Überlebenskampf. Aber da haben natürlich die anderen keine Probleme hier mit. Die wissen gar nicht, wohin mit ihren Ressourcen, schätze ich. Die bauen sich... Die bauen sich riesengroße, hohe Steinmauern. Und wir... Wir schaffen's gerade mal. Ja, wir hätten den Biber noch ein bisschen leben lassen sollen. Sag mal... Hast du vielleicht gerade wieder... Ich nehm jeden Dunghaufen mit, den du mir gibst. Ha, hu, 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 hu. Ich glaub, das ist ein Narkotiker. Aber sicher bin ich mir nicht. So. Was haben wir hier? Wo sind wir hier? Hoppa. Hm. Hm. Sind ganz schön weit... Sind ganz schön weit voneinander. Wo ist denn... Wo ist denn eigentlich der Markt? Achso, wir haben kein Fleisch, ne. Na, danke. Na, macht erstmal nix. Können wir dann, wenn wir wieder zurückkommen... Wo war denn der Markt? Aber viel weiter hin. Echt. Hilfe. Hilfe. Ich seh' nix. Ich seh' echt nix. Total. Ja, eventuell... Könnte ich euch nochmal... Ja, du fließt in die falsche Richtung, mein Freund. Ich seh' nix. Okay. Denn hier drüben... Da... ...so ein Bösewicht. Und bekomm' wir schön Lede raus, ne. Achso, wir hätten auch die andere Axt nehmen können. Wir hätten auch die andere Axt nehmen können. Hab' ich ganz vergessen, dass wir die bei uns haben. Oh, da drüben. Das Riesenvieh. Das... Das kackt doch richtig bestimmt viel Dung. Die haben... Hm. Na, schauen wir mal. Ich würd' sagen, wir schauen erstmal hier hin, dazu. Unserem... Paar-Psychologen. ...eventuell, ne. Aber wahrscheinlich wird er eh nicht unbedingt daheim sein. Ist fast anzunehmen. Ist hier jemand? Äh, die gerade hier ist so anzutreffen, das ist ja Zufall hoch drei, ne. Wer weiß, was die gerade machen. Vielleicht sind sie irgendwo zu Besuch bei jemandem. Hm. Naja, man könnte was hinschreiben jetzt. Aber man kann ja nicht sagen, was weiß ich, treffen wir uns morgen bei... Man weiß halt nicht immer. Bei Sonnenaufgang, Untergang? Keine Ahnung. Ist natürlich schwierig. Hallo? Jemand zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Anscheinend nicht. Ja, das ist der Zufall. Spielt da eine große Rolle. Ja, wir schauen nochmal dort, weil dort ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand zu Hause ist, als hier. Also, dass jemand von den Anwesenden anwesend ist, weil das sind ja ganz schön viele. Die hat ja ein schönes Domizil, ne, muss man echt sagen. Wirklich schön. Hier ein kleines Lagerhaus. War das unsere Jägerhütte? Ich weiß gar nicht. Schon wieder so lange her, ne. Aber Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist das? Wir wissen noch nicht mal, wie wir ein Mörtel herstellen. Ich weiß noch nicht mal, ob ein Mörtel dasselbe ist wie Zement. Was ist jetzt hier drin? Gar nichts mehr. Da fliegt jemand rum. Schauen wir kurz hier hinten noch. Ja, hier hinten ist natürlich auch, ne. Hier hinten sind natürlich tausende von Leuten. So, schreiben wir nochmal. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Irgendjemand zu Hause? Anscheinend nicht. Wollen wir nochmal schauen, dass wir da drüben vielleicht ein bisschen Dung bekommen. Vor allen Dingen dürfen wir dem kein, dürfen wir dem kein, dürfen wir dem kein Ei stehlen. Das wollte ich sagen. Das ist, das hat uns echt, was ist denn das? Ist wieder ein Biber, ne? Ist der Böse? Ne, ist ein weißer Biber. So, mein Freund, hast du zufällig ein... Ja. Wie, wenn ich's geahnt hätte. Wie für mich gemacht. Danke dir. Deswegen bin ich eigentlich rüber. Wo ist denn bei dem Biber sein Biberbau? Na gut, da drüben ist... Oder ist das der... Oh, du hast mich jetzt hier... Hier drüben waren wir noch gar nie. Hier drüben waren wir noch gar nie. Wir könnten ja noch ein Fuhre Holz mitnehmen. Wir nehmen mal noch eine Fuhre Holz mit, vom Biber. Das ist nett von unserem Biber, dass ihr das mit sich machen lasst. Warte mal, ich geh mal hier rauf. Ah, oder auch nicht. Und wir schauen mal... Weil wir bräuchten ein paar Späer wieder. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch die anderen Piegen mitnehmen. Was sollen wir denn noch fassern? Du bist ja in Ordnung, ne? Mit dir haben wir keinerlei Probleme. Ja, und dann könnten wir vielleicht ein paar Narkotika-Beeren hier. Na, das wäre ja auch nicht das Schlechteste. So, ein paar Narkotika-Beeren. Ja, unser Freund fragt sich natürlich, wer das ist, der ihm das Leben da rettet, ne? Das weiß er natürlich nicht. Und wir wissen es jetzt auch nicht, ne? Hm, wer könnte das gewesen sein? Jedenfalls scheint es irgendjemand neutrales zu sein vielleicht, der hier vielleicht auf der Insel so ein bisschen aufpasst. Ja, wenn wir von einem anderen Mitspieler niedergemacht werden, dann ist es permanent vorbei, ne? Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube, ich habe es in einem Infovideo gesagt, aber nur damit ihr es wisst. So, wo ist eigentlich jetzt unsere... Hier. Hier, hier, hier. Schön. Achso, halt. Hier, über unseren Stein, ne? Wie viele Male sind wir schon... Ah! Aber wir sind noch nie hier reingestürzt. Jetzt passiert's. Wie viele Male sind wir schon über den Stein hier rein? Haben wir uns gerettet vor irgendwelchen Gefahren oder sowas, ne? Das könnte übel enden. Aber da denke ich nicht dran. Na gut, wir sind vorbeigekommen. Sagen wir es mal so. Wir sind vorbeigekommen. So, wir sollten wirklich noch ein bisschen Holz schlagen. Meines Erachtens. Achso, und... Ja, wir haben zu wenig von den Bären hier noch. Wartet mal. Wir brauchen sowieso erst mal was zu essen. Wenn wir noch ein paar dieser Narko-Bären finden würden, wäre es auch nicht schlecht. Weil wir haben ja einiges an Vergammelten, ne? Und das Vergammelte vergammelt dann ganz da. Das war nicht schlecht. Das war schon mal nicht schlecht, genau. Eine, es können noch ein paar mehr sein. Ja, schön. Ein paar mehr Narko-Bären. Ja, bei dem Markt haben wir auch noch niemanden gesehen. Kommen wahrscheinlich zu den ungünstigsten Zeiten hier an. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Zündhölzer uns schlagen. Doch, werde ich, glaube ich, machen. Nur damit wir genug haben, ne? Weil ich einmal... Weil wir sind... Gerade in der Folge sind wir jetzt gerade so ein bisschen in einer... In einer Folge, in der wir ein bisschen was abbauen. Ein bisschen Materialien finden und suchen. Und dann könnte ich eigentlich gleich noch hier ein bisschen Feuerstein... Äh, wo war's? Ach da. So, warum kann ich dich denn nicht abbauen? Ach de. Oh, da füllen wir ernten. Gut. So, dann hauen wir mal hier drauf. Ja, wo bekommen wir Obsidian her? Ja, wir müssen trotzdem mal schauen, ob wir vielleicht doch diesen Berg finden, den uns der Konrad Konstantin gesagt hat, beschrieben hat. Aber dort hinten sind wir leider... Wenn wir wenigstens noch ein bisschen hin bis zum Fluss gekommen wären, dann hätten wir zumindest mal geschaut, wie dort hinten die Sachlage aussieht. Da müssen wir als nächstes Mal einiges vorsichtiger sein. Da müssen wir richtig, richtig vorsichtig sein, dort. So. Schon einiges an Feuerstein. Ah, was braucht man jetzt wieder? Was fehlt uns denn? Stroh? Holz. Holz? Echt. Holz. Wirklich? Holz? Wenn wir doch was haben, dann haben wir Holz. So. Ja, dann ziehen wir jetzt, wenn es dunkel wird, ziehen wir die Wände hoch. Ich werde noch ein bisschen Holz schlagen, vielleicht sogar. In der Zwischenzeit, so ohne euch, aber nicht viel, nur vielleicht zwei Fuhren. Und ja. Und dann könnten wir wieder mal schauen, dass wir in der Kühle der Nacht arbeiten. Weil tagsüber ist ja recht heiß, ne? Achso. Ja, machen wir gleich. Oder mache ich gleich. Jetzt schauen wir erst mal hier. Ob wir vielleicht ein bisschen was... Ja. Okay. Reicht. So. Dann hier. Werden wir mal alles an diesen Bären reinhauen. Und... Äh, nee, du nicht. Und ein bisschen Fleisch dazu. Und... Ja, und das war's schon wieder. Unser Mega-Burger. Dann können wir das Fleisch raus und können es noch braten, ne? Den Rest. Aber... Wir wollen erst mal alles, was wir jetzt... Äh, hier genau. Metall. Ja, Stein. Wie gesagt, bräuchte man vielleicht zum Reparieren noch was. Aber ansonsten nicht. Die Fasern komplett. Hier brauchen wir auch zum Reparieren ein bisschen was. Aber ansonsten den Rest... Ne, den... Ja, okay. Ist ja egal. Den Rest hier rein. Das Lassen wird das raus. Okay. Aber wartet mal. Wir stellen uns mal ein... Stellen uns mal einen Wasserschlauch wieder hier. Genau. Leder und Fasern. Gott. Dann scheint draußen zu regnen. Ah, das ist ja eine Wohltat. Ein wohlicher Regen. Ah. Das war so heiß. Jetzt werden wir schon richtig, so richtig schön abgekühlt, ne? So. Und ich verabschiede mich schon mal. Und wir sehen uns... Ach so. Ja, ist egal. Ja. Bitte schön. Und wir sehen uns die nächste Folge wieder. Sehr schön. Ja, und ich werde, wie gesagt, da oben werde ich noch ein bisschen Holz erstmal schlagen, bevor es noch dunkel wird. Und dann... Ja, ich werde zwei fuhren und dann nehme ich euch wieder mit. Dann müsst ihr wieder dabei sein, ne? Ja, ich werde...